Nach dem Ausscheiden in der Gruppenphase bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr sollte ja bei Belgien schon so ein kleiner Umbruch oder Neustart gestartet werden. Das Ganze hat man auch recht gut begonnen, unter anderem mit Domenico Tedesco als neuem Cheftrainer der Nationalmannschaft. Ich habe ja bei der Bekanntgabe davon schon ein Video hochgeladen, warum er der perfekte Nationaltrainer ist. Bis hierhin habe ich recht, allerdings hat er jetzt schon so ein paar Probleme, wobei die nicht unbedingt von ihm selbst verschuldet sind, sondern eher mit den Starallüren von Thibaut Courtois zu tun haben. Denn was ist passiert? Eigentlich ist ja der belgische Kapitän ganz klar Kevin De Bruyne. Der hat sich ja allerdings, wie wir wissen, im Champions League Finale verletzt. Deshalb brauchte es im vergangenen Länderspiel gegen Österreich eben einen anderen Kapitän bei Belgien. Und schon mal ganz vorneweg hat Tedesco bei seiner Amtsübernahme eben festgelegt, mit Kevin De Bruyne als erster Kapitän und Romelu Lukaku als auch Thibaut Courtois als eben gleichwertige Vertreter vom City Star. Und eben für jenes EM-Quali-Spiel gegen Österreich hat sich Tedesco dann halt eben für Romelu Lukaku entschieden. Der ist eben als Kapitän aufgelaufen. Courtois hat eben trotzdem das volle Spiel durchgespielt. Ist ja logisch als Torwart. Aber das hat ihm trotzdem gar nicht gepasst. Denn so soll er sich zum einen nach dem Spiel negativ über die Binnenfrage in der Kabine geäußert haben. Und auch seine Mitspieler heftig kritisiert haben. Allerdings ist das noch nicht alles. Denn danach reiste Courtois tatsächlich einfach aus dem Belgien-Camp ab. Ist einfach nach Hause gefahren. Und das ist natürlich schon ein bisschen sehr kurios. Auch der Verband bestätigte dann halt eben das Fehlen des Superstars, ohne einen Grund zu wissen. Allerdings stellte dann halt eben Tedesco bei der Pressekonferenz klar, dass er eben wegen dieser Entscheidung über das Kapitänsamt gegangen sein soll. Und er hatte wohl ein Gespräch mit seinem Trainer Tedesco nach dem Spiel gegen Österreich, wo ihn Tedesco eben auch noch aufhalten wollte, dass er eben hier bleibt. Allerdings hat er das nicht befolgt. Courtois ist halt wirklich einfach gegangen. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, wie es weitergeht. Auf jeden Fall wird jetzt erstmal nicht Castel spielen. Der ist auch verletzt, sondern Mats Sells von Straßburg. Dennoch ist natürlich fraglich, wie man bei der nächsten Länderspielperiode damit umgeht. Kann er einfach zurückkehren? Wird er trotzdem noch Vizekapitän bleiben, weil das sind dann schon wieder mal Aktionen, die halt Spuren hinterlassen. Das war ja genauso schon bei dem Ausscheiden nach der WM-Gruppenphase. Da war es eben auch Courtois, der seine Mannschaft heftig kritisiert hat. Auch seine Leistung hat er kritisiert, muss man natürlich auch erwähnen. Aber er hat da auch schon heftig gegen seine eigene Mannschaft ausgeholt, wodurch er halt eben auch schon negativ aufgefallen ist. Zudem natürlich auch die Aktion mit der Bräunes Freundin damals hat jetzt hier nicht viel damit zu tun. Aber das zeigt halt insgesamt, dass er vielleicht vom Charakter her nicht unbedingt der makelloseste Profi ist. Wenngleich man natürlich auch solche Leute haben will, die so ein bisschen polarisieren. Dennoch muss man natürlich sagen, dass diese Aktion hier in dem Fall überhaupt nicht geht und auch mehr oder weniger Konsequenzen haben sollte. Auch wenn Tedesco meinte, dass er jetzt nicht allzu nachtragend sei und er schon auch zweite Chancen geben würde. Das soweit zur Aktion von Thibaut Courtois bei der belgischen Nationalmannschaft. Was sagt ihr zu dem Ganzen? Könnt ihr ihn verstehen? Ich kann es ehrlich gesagt nicht, weil wenn man so unbedingt die Kapitänsbinde möchte, selbst wenn es gar nicht mal klar ist, dass man Kapitän sein sollte, dann ist man vielleicht auch nicht die idealste Führungspersönlichkeit für das Amt dafür. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!